Jo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu Top 5 Pick or Bun. Pick or Bun bedeutet entweder wir nehmen diesen Champion, das heißt einer aus meinem Team pickt diesen Champion oder ich werde versuchen diesen Champion zu bunnen. Wichtig hierbei ist, dass es dabei nicht um Trend Buns geht, die aktuell im Trend sind, sondern ich werde hier meine eigenen Top 5 Pick or Bun euch einfach mal vorstellen. Das heißt Champions, da könnten Champions dabei sein, die ich banne, obwohl die niemand bannt vielleicht, obwohl die gar nicht gebannt werden, aber weil ich nicht gerne gegen diese Champion spiele oder nicht gerne gegen diese Champions spielen mag. Mein Platz 5 belegt der gute Zed. Zed ist ein Champion, den ich sehr, sehr gerne banne, der auch sehr, sehr hohen Bunrate hat im Moment, der wird von sehr, sehr vielen Leuten aktuell sehr viel gebannt, aber nicht, weil ich finde, dass Zed OP ist. Ich banne Zed, weil ich es hasse, gegen Zed zu spielen. Zum einen ist dieser Typ ultra safe in der Lane, ja, du kannst ihn super schwer ganken, weil er mit seiner W wegkommt, weil er mit seiner Ult extrem viel Ults und alles mögliche dodgen kann und er kann super safe farm mit seinem Q auf Range, ja, als Nahkämpfer, weil er schon ziemlich retarded ist. Ebenfalls baut dieser Champion Hextrinker first, ja. Du bist ein Magier und der geht einfach Hextrinker first, ne, das ist der totale Abfuck. Der ist so schon schwer zu töten und wenn er dann Hextrinker noch am Start hat, teilweise nicht immer, und ja, dann noch mit seiner Ultimate und seinem ganzen Gedotsche, ist es einfach unglaublich schwer, diesen Typen zu töten. Und ich hasse es einfach, gegen Zed zu spielen, weil es ein einfach unglaublich nerviges Matchup ist und es, ja, man kann quasi eine Lux hundertmal einfacher töten als so ein Zed. Und ich mache gerne Kills und deswegen hasse ich es, gegen Zed zu spielen. Ich hasse Zed, habe ich schon erwähnt, dass ich Zed hasse. Ja, wir kommen zu meinem Platz Nummer 4 und bei Platz Nummer 4 hat es bei mir der gute Fizz geschafft. Fizz war eine Zeit lang sehr, sehr viel gebannt, wurde dann genervt und wurde jetzt, wird eigentlich aktuell gar nicht mehr so wirklich viel gebannt. Fizz ist ein Bann, den ich nur banne, wenn ich mit Lens spiele tatsächlich. Das heißt, es ist ein Matchup-Bann. Warum banne ich Fizz? Fizz ist ein Champion, gegen den ich kein Heilmittel gefunden habe. Gegen Zed kann ich sagen, okay, Armor Runes, du machst hier Armguard first mit Doppel-Dorans und gehst dann irgendwie Stundenglas first. Das ist alles cool, das funktioniert. Gegen Fizz gibt es so itemtechnisch nicht so richtig krass was. Du kannst natürlich Magierasense bauen, aber ja, so richtig das Gefühl, dass es mir richtig krass hilft, habe ich nicht. Auch mit Rod of Ages werde ich manchmal teilweise kaputt gemacht und anderen Tank-Items. Stundenglas kann zwar natürlich helfen, aber ja, also mit Stundenglas kannst du die Ultimate von Fizz zwar wegmachen, aber ein Stundenglas bzw. ein Armor-Item first gegen einen AP-Ler zu bauen, ist jetzt auch nicht so geil. Fizz ist einfach ein Champion, der so gut wie jedem im One-on-One kaputt machen kann. Also natürlich, seine größte Schwachstelle ist das Over-X-Tent. Das ist seine allergrößte Schwachstelle. Er muss hier das Maul in, er will dich die ganze Zeit diven, er will dich die ganze Zeit traden. Sowas kann man ausnutzen, das geht. Aber grundsätzlich, ja, grundsätzlich ist Fizz ein sehr, sehr schweres Matchup für mich und es ist sehr, sehr schwer gegen ihn zu spielen. Vor allem, wenn ich meine Phase habe, wo ich sage, ja, ich habe jetzt die Lust, mal wieder so ein CC-Mager zu spielen, sowas wie Oriana, sowas wie Asie oder Brand oder sowas. Und dann kann es teilweise sein, dass mich so dieser kleine Hüpferte komplett aus dem Leben nimmt. Und wenn der Dude halt einmal fett ist, dann divet er dich halt permanent all day long unterm Turm und du kannst dich halt echt wenig dagegen wehren. Natürlich hat Fizz auch ein schlechtes Late-Game und hier und da hat er natürlich schon Schwächen, aber gerade seine 1-on-1-Power ist in meinen Augen fast ungeschlagen. Also zumindest, wenn er einmal Fahrt aufnimmt. Das war es zu meinem Platz 4. Wir kommen direkt zu Platz Nummer 3 und ihr glaubt gar nicht, wie schwer es ist, Videomaterial für diesen Champion zu finden. Platz Nummer 3 ist bei mir Soraka. Ich hasse Soraka. Erstmal, also ich habe eine Zeit lang selber Soraka gespielt, so ein bisschen, weil sie einfach ultra lustig war in dem Moment, wie man hier in diesem Video sehen kann. Ich hasse Soraka einfach aus zwei Gründen. Eigentlich gibt es drei Gründe. Wir können es in drei Gründen aufteilen. Der erste Punkt ist, wenn ich in der Midland spiele, fuckt es mich ultra krass hart ab. Ich bin kurz davor, meine Gegner zu töten und auf einmal kommt so eine Ultimate-Heal und what the fuck. Weißt du, es mischen sich andere Leute in meinen Teamfight in der Mitte ein oder in meinen One-on-One-Fight. Und das fuckt mich halt erstmal mega ab. Auch so Shen-Ultimate oder so Kacke, ne? Der zweite Punkt ist, der Heal ist einfach total OP. Der Heal ist einfach total OP. Ihr kennt das Ganze. Wenn da quasi eine Situation ist, ein Teamfight und die Person, die wird einfach die ganze Zeit immer wieder hochgeheilt und die geht einfach zum Verrecken, geht die Person nicht kaputt und wird geheilt und geheilt und geheilt und geheilt. Also, ich hasse das wirklich und das Schlimmste daran ist, du musst teilweise Soraka fokussen, obwohl da ein Yasuo rumspringt, ein Gangplank am Start ist und noch irgendein Jin am Rumballern ist, musst du trotzdem die Soraka fokussen, die teilweise Warmox baut und Full Tank geht. Ja, GG, toll, schön. Und dann hast du noch den Silence. Der Silence countert so unglaublich viele Spells, ne? Hast du schon mal ein bisschen Feld gespielt, hast du ein Ultimate irgendwo hingemacht und dann ist da die Silence-Fläche unter deiner Ultimate. Oder mit Z, wenn du irgendwo dein W oder dein Ultimate machst und da sofort die Fläche drunter ist, Lissandra E. Es gibt nichts Schlimmeres, du machst Lissandra E und da, wo deine Klaue ist, macht sie einfach ihr Silence hin. Also, der Silence... Und da gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr Beispiele. Soraka ist auch super einfach zu spielen noch zusätzlich, also super einfach und... Ja, dieser Heal fuckt halt Ultra hat ab, muss ich einfach sagen. Ich hasse Soraka. Sie war vor kurzem noch mein Top-Bun. Also, vor kurzem war sie wirklich noch mein absoluter Top-Bun. Es haben sich allerdings, muss ich sagen, zwei andere Champions hervorkristallisiert, wobei diese beiden Champions sich immer so ein bisschen abgewechselt haben, muss ich sagen. Wir kommen zu Platz Nr. 2. Und Platz Nr. 2 hat bei mir der gute Gangplank belegt. Gangplank ist aktuell ein Champion, der super stark ist. Warum hasse ich Gangplank so sehr? Das hat verschiedene Gründe. Ich bin grundsätzlich ein Dude, der sehr aggressive Lanes meistens spielt. Also auch sehr aggressiv auf der Lane, nicht nur Champions-mäßig, sondern auch vom Spielverhalten her. Und Gangplank ist ein Typ, der steht einfach in den meisten Fällen super safe auf der Lane und farmt sich den Arsch ab. Das heißt, du kannst gar nicht richtig mit dem Dude traden, weil der einfach immer Kilometer hinten steht, dich vielleicht mal mit einer Fass-Kombo angreift. Aber im Prinzip tradet der Gangplank immer nur mit dir, wenn er traden kann und wenn er es will quasi. Also es ist sehr, sehr schwer teilweise mit ihm zu traden. Er hat die komische Ananas und die Melone und die Traube, die er essen kann. Außerdem hat er mit der Fass-Kombo eine sehr, sehr hohe Reichweite und gerade in Teamfights, also der größte Grund, warum ich Gangplank banne, ist nicht seine Laning-Face, obwohl das auch ziemlich krass ist. Aber der größte Punkt ist die Teamfights. In Teamfights ist es so, dass der Gangplank immer mal so seine Fass-Kommos reinmacht und ein Full-Damage-Gangplank bzw. ein Full-Build-Gangplank, der macht dann da locker seine, je nach Bild, 1200er bis 1600er Damage-Fässer, teilweise mit Crit. Und das ist dann schon ziemlich krass, wenn ich sage, so ein Fass, du hast 1900 AP und dich kritelt so ein Fass mit 1600 AP im Teamfight und macht sogar noch den gleichen Schaden an drei anderen Leuten drumherum. Ist das schon ziemlich hart, weil gerade in Teamfights gehen diese Fässer unter und ja, oft ist es so einfach im Late-Game Gangplank Fässer, Teamfight, Tod, GG, Gangplank, Bann. Und das ist es. Platz Nummer 1 ist bei mir Yasuo. Warum Yasuo? Ich banne immer Yasuo, jedes Game, wenn Yasuo nicht gebannt ist und ich bannen kann. Warum banne ich so sehr Yasuo, warum hasse ich so sehr Yasuo? Yasuo grundsätzlich ist, muss man sagen, ein Bann für mein Team und gegen mein Team. Das heißt, ich möchte nicht, dass er in meinem Team ist und ich möchte nicht, dass er im gegnerischen Team ist. In meinem Team sind die Yasuos immer 0-12. Es fängt direkt bei Minute 2 an oder bei Minute 3 und die Yasuos sterben am laufenden Band. So kann man es wirklich sagen. Sie sterben am fließenden Band. Das nächste ist, im gegnerischen Team fienden sie meistens auch so 0-4 oder so. Bei mir ist es meistens 0-12. Also in meinem Team, bei den Gegnern ist es dann meistens so 0-4. Und irgendwann wird er aber aus 0-4 12-4. Und im Late Game zerstört sich dieser Champion, obwohl er 0-4 läuft und irgendeine Tank-Scheiße baut. Zerstört sich dieser Champion und macht sich komplett kaputt. Yasuo hat eine mega bekackte Laning-Face. Das heißt also gegen Yasuo zu spielen, das geht einem mega krass auf den Kick. Der spammt permanent alle Spells, pusht die ganze Zeit rein, hat die ganze Zeit sein Schild. Und es gibt glaube ich kein schlimmeres Matchup als Yasuo. Natürlich gibt es viele Yasuos, die halt total scheiße sind. Aber ein richtig guter Yasuo ist glaube ich das schlimmste Matchup, was man wirklich auf der Lane haben kann. Ansonsten gibt es dann natürlich auch noch seine schöne tolle Windwall, die mir mega auf den Keks geht. Also ja, keine Ahnung. Die Windwall blockt halt echt ultra viele Spells und richtig gut eingesetzt. Kann sie schon sehr, sehr mächtig sein. Das Schlimmste ist natürlich auch, dass dieser Champion einfach die ganze Zeit durch die Gegend springt. Hier kommt natürlich wieder der Punkt, schlechte Yasuos machen die Sprünge und landen ständig im Turm. Aber gute Yasuos, teilweise sogar muss es nicht mal gut sein. Teilweise ist es einfach nur random, ist es halt immer total verrückt. Kannst du einfach durch die Gegend springen und springen und springen und springen und du kommst einfach nicht hinterher und er haut irgendwann ab oder killt dich noch. Yasuo also in meinen Augen der nervigste Champion im ganzen Spiel. Ihr könnt mir ja mal sagen, was so eure Top-Bun- oder Pick-Sachen sind. So das, wo ihr sagt, okay, hey, den banne ich, den warum banne ich den oder was so eure Hass-Champions sind. Und zum Beispiel in der Midlane war es auch bei mir sehr, sehr lange Lulu und Cho'Gard. Aber ja, die werden halt zu selten gespielt, dass sie sich bannen wirft sind. Ja, vielen Dank, haut rein, machte weiter. Tschüss, auf Wiedersehen und goodbye. Bis dann. Ich liebe Fest mit Revolver und Schienen. Das Ding ist halt, es ist halt die Full-Yolo-Variante. Wenn man ein bisschen solider spielen möchte, dann würde ich eher Abyssel empfehlen statt, ähm, also ich würde, Allah, ich würde eher Abyssel gehen statt, statt Proto-Belt. Proto-Belt ist halt wirklich Full-Yolo für Schottland. Allah, okay. Okay, das war ein bisschen, das war ein bisschen motiviert. Yo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Top-Video und zwar diesmal beschäftigen wir uns mit den Top 6 Hardest Champs. Das heißt, die schwer zu spielenden Champions, schwerst zu spielenden Champions. Hier gehen natürlich die Meinungen definitiv auseinander und es fiel mir auch nicht leicht, ich musste immer mal wechseln. Und ich denke, es wird jetzt direkt bei Platz 6 damit anfangen, aber wir klären das Ganze. Platz Nummer 6 ist bei mir Yasuo und jetzt denken viele, Tobi, Yasuo, dein Ernst, Yasuo ist total...